Hallo zusammen! Zwischen dem Bundesligaspieltag des Deutschen Skatverbandes und der Deutschen Meisterschaft der ISPA, die jetzt Donnerstag in Magdeburg startet, haben wir doch wunderbar noch Zeit, ein schnelles Rocket einzuschieben und wenn euch das Ganze alles dann doch zu viel Skat werden sollte, soll ja auch solche Leute geben, komisch, dann macht ihr eben einfach eine Pause und verschiebt das Ganze ein wenig. Wir stürzen uns gleich rein, beim Rocket bekanntermaßen werden ja keine Gefangenen gemacht, da geht's zur Sache, denn die Distanz ist kurz, also bin ich natürlich nicht erfreut, dass ich diesen wunderschönen Ansatz hier in Vorhand nicht für 20 und eben auch nicht für 24 bekommen. Für Kreuz hätte ich ja gerne reingekommen und das bedeutet, jetzt muss ich hier eine grundlegende Entscheidung gleich im ersten Spiel treffen, was macht Spieler 1, was hat er vor, es könnte Nullouvert sein, es kann alles Mögliche sein, er will mich nicht spielen lassen und ich will aber das Spiel auch nicht hergeben. Jetzt bekomme ich es bei 33, 20 drücken, irgendwie ein Rang, wenn noch eine gute liegt, wäre so eine Variante. Wir müssen auf jeden Fall schauen. Erstmal haben wir das Handspiel mit der blanken Pik 10, ist mir jetzt nicht stark genug. Die 33er Reizung, die ich ja vorher noch nicht kannte, ist natürlich auch kein gutes Zeichen. Ob da Pik 1 drin liegt, das würde mich eher wundern. So, also schnapp, gucken wir. Und naja, Kreuz 7, Karo Dame, das ist an sich nicht besonders doll. Jetzt habe ich damit den sechsten Trumpf im Kreuz und habe ein 2-Farben-Spiel-Kreuz mit der, ja mit dem Pferdefuß, ein Pferdefuß muss es bei der Reizung ergeben, dass ich jetzt natürlich Schneider spielen muss. Das heißt, Trumpf sollte mal schön artig sitzen, 3 zu 2 und Herz, wenn es geht, nicht zu dritt. Also ich brauche eine normale glatte Verteilung, dann kann das Spiel hier gelingen. So, da geht schon der Herz Bube drauf. Spieler 3 hat also wohl das Trumpf erst noch geschont. Gut, das kann natürlich auch sein, dass er aufgrund der Reizung vermutet, dass sein Partner da noch rüber kann. Das kann aber auch heißen, dass er viel Trumpf hat. Das wäre schlecht, und das werden wir sicher jetzt mit dem Karo Buben rausbekommen. Da fällt die Lusche. Uiuiui, Abfuhr, Herz und Platz. Wir sind enttarnt, wir sind aufgeflogen, wir sind geplatzt, da können die anderen auch gar nichts gegen tun. Die 4 Trumpf stehen nur mal bei Spieler 3, der macht noch 2 fette Trumpfstiche, beziehungsweise hier sind zwar dann nur 2 Buben, aber er bekommt ja eine Schmierung, und er hat das Trumpf erst dann noch in der Hand. Also das war natürlich gleich mal ein, ja, ein Auftakt nach Maß. Ein gutes Haus startet im Keller, sagt ja der eine oder andere Skatspieler. Ich teile diese Weisheit nicht grundsätzlich, also ich starte lieber gleich mit Pluspunkten, aber manchmal lässt es sich nun mal nicht vermeiden. In diesem Fall haben wir gleich einen größeren Bissen genommen, als wir schlucken konnten, und das gibt dann halt 122 auf die Glocke. So weiter, jetzt lasst mich hier nicht am ausgestreckten Arm verhungern. Nach so einem Start ist natürlich klar, dass ich das Ding jetzt schnell weiterziehen will, da muss sich was bewegen an den Punkten, und wenn sich nichts zum Besseren wendet, dann muss eben die Serie vorbeigehen. Also das ist ja wenigstens das, oder einer der Vorteile auch beim Online-Skat, das geht ratzfatz, und wenn der Skat dich mal wieder an den Eiern greift und kräftig zudrückt, dann hast du wenigstens die Chance, relativ schnell aus der Nummer wieder rauszukommen, wenn die anderen mitmachen und sich keinen Kaffee vorbeigehen können, wie diese beiden hier. Time! So, Kreuz wird gespielt, und mein Partner hat noch 22 geboten, also da bin ich jetzt natürlich auch mal gespannt, ob dieses Spiel bestehen kann. Erstmal zeigt sich hier, es ist nur ein Fünftrümpfer, und ich nehme jetzt mal lieber raus, damit ich auch ganz sicher jetzt mit Pik komme, denn das dürfte wohl die Stechfarbe sein, wenn mein Partner ehrlich oder einigermaßen ehrlich gereizt hat, dann muss er ja Pik noch dabei haben, und dann hat er vielleicht sogar noch im Beiblatt müsste er sogar auch noch was haben, außer dem Kreuzass, weil er ja ganz offensichtlich in Pik nur vier Trümpfe hat. Okay, Alleinspieler schmeißt ab, gut, Karo, ja, scheint sich so ein bisschen das Bild zu klären, dann hat er wohl einen Fünftrümpfer mit der Karo Lusche blank, ich meine, meinem Partner traue ich da ohne weiteres noch Karo Ass 10 zu, sonst hätte der ja nicht 22 gereizt mit einem Viertrümpfer und nur einem Ass, also wird der Alleinspieler wohl noch vier Herz dabei haben. Gut, vielleicht hat er sogar Herz Ass 10, auf jeden Fall quäle ich ihn jetzt hier mit Pik, gehe nicht mit dem Ass ran, jetzt kann ich auch immer noch die Lusche setzen, also entweder er hat den Viererstand sowieso geschlossen in Herz, oder aber die Lücke bleibt bestehen, auch wenn er nochmal abwirft, deswegen sticht er jetzt auch und geht über die Dörfer. Ja gut, eigentlich kann er ja nur gewinnen, wenn die Trümpfe kommen. Das hat er auch sich gedacht, er spielt den Trumpf, ist im Prinzip gut gespielt, er kann nur gegen Trumpf 1-1 gewinnen, aber in dem Fall habe ich natürlich beide und das heißt Trumpf, Abzug und Pik, geht zu uns und wohl auch der Karo Stich, Herz 10 wird auch verfallen. Das war also gar nichts, 35 Augen, na gut, dann bin ich schon mal nicht alleine. Auf dem Nachbargrundstück wird auch ein Haus gebaut, auch wenn der Keller nicht ganz so tief ist, wie bei mir. Der will wohl nicht so hoch hinaus. Aber dafür sind seine Handwerker schneller und pünktlicher als bei mir und fangen jetzt schon mit den Kellerausbauten an. Da wird schon richtig losgelegt mit einem Gang. Ja, ich tue ja an sich gerne auch mal gleich richtig reinfunden, also 21 Augen auf dem Tisch habe ich gar keine Schmerzen, aber immer ein bisschen mit Augenmaß. Wo ich jetzt also kein Stück Herz habe, gibt es für mich ja auch noch andere Farben oder andere Möglichkeiten, die Kreuz 10 unterzubringen. Das heißt in dem Fall gehe ich mal so ein bisschen Halbseiden ins Geschäft mit der Dame. Gut, hat auch auf jeden Fall gelangt, um den Spieler zum Stechen zu bringen. So, da kommt auch unser erster Herzstich und vielleicht gibt es ja noch mehr. Vielleicht hat mein Partner auch noch einen Buben, vielleicht brennt das Spiel irgendwo gegen die ganzen Herzen, aber das sieht nicht so aus. Vier Augen werden locker eingestochen. Ja, und da sehen wir auch, warum das alles so lässig ging. Vier Buben, zwei blanke Asse und das Herzass zu viert. Da sind wir also nur dank der Herz 10 zu dritt aus dem Schneider rausgekrabbelt. Das war natürlich mal ein Spiel, was sich sehen lassen konnte. Tja, da haben wir es wieder. Skat, das Geduldsspiel. Erster Gang mit Vieren und jetzt ein Ganghand hinterher. Gut, Karo ist schon mal ein Volltreffer. 34, ja, Volltreffer ist gut. Karo König beim Alleinspieler. Zwei Buben, er zeigt jetzt hier schon selbstbewusst die Karte. Vielleicht sogar noch eine Millisekunde zu früh immer noch möglich, dass ihm jetzt erst ein Pikherz und dann ein Herz oder umgekehrt oder sowas, Kreuzass, was abgestochen wird. Also zweimal Abstich müsste es jetzt schon geben, um das Spiel zu verlieren. Das hat er wohl zu Recht nicht erwartet und deswegen, ich kann ja zum Beispiel gar nichts stechen, können wir jetzt auch schenken. Ja, sattes Fund hinterher. Gut, jetzt ist meine Zeit zumindest mal für 18 mit Ass 10, Ass 10, Pik Bube. A wird gehalten. Dann war meine Zeit auch schon wieder vorbei. Manchmal ist ja so ein Aufwind auch nur für eine halbe Sekunde und dann verlässt er dich schon wieder. Also mit Herz 8, 9 und Pik 9 Dame, wenn Vorhand auch ein Spiel hat, dann muss ich ihn wohl aus Vernunftsgründen spielen lassen. Mein Bauch sagt ja immer Reize, 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 da wird irgendwas drin liegen. Aber zum Glück habe ich nicht nur den Bauch, der mitspielt. So, sein Herz. Er spielt einmal oben, er spielt einmal unten. Mein Partner greift in die Karolusche. Gut, jetzt Karo direkt hinterher, könnte man machen, aber ja, das wird nicht mehr ganz so viel klären. Die Farbe haben wir immerhin schon so ein bisschen angeklärt. Das Ass ist immerhin raus, damit ist auch so ein bisschen die Gefahr raus, dass da noch eine 10 kaputt gespielt wird oder dass da noch groß was passiert. Deswegen will ich mal erstmal die nächste Farbe zeigen, testen und siehe da, Lusche, Lusche. Also mein Partner hat den Kreuzkönig nicht. Denkbar vielleicht, dass der Alleinspieler auf Kreuzkönig zu dritt noch sitzt, wo er schon noch einen schlechten Karo dabei hatte. Und dann vielleicht sogar nur 5 Trümpfe. Schwer zu sagen. Trumpf sitzt aber gut, Pik sitzt auch glatt. Also die Farblängen sind nicht ungünstig verteilt. Deswegen habe ich mich jetzt hier nach einiger Überlegung entschieden, mal den Boom zu ziehen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich meinen Partner mit dem Trumpf abziehe, denn die stehen sowieso verteilt. Ja, da ist es auch passiert, um jetzt die Karo 10 anbieten zu können, damit ich gegebenenfalls jetzt gegen Kreuz, Lusche, König noch zwei Stiche mache mit einer schönen Ladung in Pik, aber da kommt Pik unter durch. Das bedeutet, der Alleinspieler hat wohl das Pik erst bestellt mit dem König und dann auch der Lusche. Dann gibt es jetzt nichts mehr. Dann hat der Spieler wohl 1-1 gedrückt, also Kreuzkönig gedrückt und ein Karo gedrückt. Jeweils eine Lusche gehalten, klassisch bei so einem schwachen Spiel. Von meinem Partner vielleicht nicht ganz glücklich getroffen, dass die Karo-Lusche kam, nicht der König. Andererseits hat er König, Lusche, Lusche, da direkt den König auszuspielen, ist auch nicht schön. Ja, haken wir es ab, als es ging nicht. Es saß günstig für den Alleinspieler. In beiden Luschen hatte ich Ass und Zehn jeweils selber. Das heißt, da konnte auch gar nicht so viel fallen. Also hat er 20 Punkte locker eingesammelt. Und jetzt spielt er schon wieder. Also, wie ich so sagte, aufgrund der Tiefe des Kellers hätte ich ja eher vermutet, dass ich noch höher in den Himmel will. Aber der baut da jetzt kein Einfamilienhaus. Das wird eher ein Wolkenkratzer. Das geht jetzt Schlag auf Schlag, wie an der Schnur gezogen, werden die Stockwerke aufgetürmt. Das ist jetzt, glaube ich, das fünfte Spiel hintereinander. Diesmal ein Peak. Und diesmal, komm, diesmal wird es knapp. Mein Partner hat gereizt. Ich habe nur einen Trumpf, drei volle. Spannende Frage wird natürlich sein, kriege ich die Herz 10 bei meinem Partner auf Trumpf unter? Das wäre schon mal gut. Duke dich. Ja, Duke dich, habe ich ja gesagt. Hat er auch gemacht. Aber doch nicht mit dem Ass. Mist. Dann ist das Spiel wohl mit 4. Und dann ist die Musik hier auch schon wieder raus. Wechselt jetzt die Farbe. Also wohl ein 7-Trümpfer. Toll, Karo Dame. Ich hatte selber die 3 Luschen. Also, dass er jetzt die Karo 10 noch in der Hand hat, das glaube ich ja im Leben nicht. Gut, trotzdem. Was nützt ist, wenn mein Partner jetzt das Ass spielt, kann ich trotzdem wimmeln. Gut, der Spieler hat dann wohl offenbar, da er kein Kreuz hat, nur den einen Karo, vermute ich. Dann wird er 2 Herzen haben. So oder so. Wir können ja nur noch rauskommen, wenn mein Partner dann das Herz Ass hat. Ja, Karo 10 im Keller, wie vermutet. Mein Partner hat das Herz Ass. Mein Partner hat auch den Herz König. Dann kommen wir also immer noch aus dem Schneider. Mehr ist gegen 7-Trumpf-Spiele mit 4 auch selten möglich. So, Halbzeit haben wir. Ich noch 0 zu 1. Also alles wieder wie beim Alten. Läuft. Aber jetzt mal passe, passe. Also wenn ich jetzt nicht da reingehe. Okay, naja, immerhin. Eine gute Karte gefunden. Und das ist an sich hier eine relativ ungewöhnliche Situation. Ich drücke jetzt Kreuz Dame und Karo 10, weil es so selten ist, dass bei einem 5-Trümpfer die Farblängen in der Beikarte wirklich Zwilling, Zwilling und ein Einzelner sind. Das ergibt sich, ja, wie gesagt, ganz, ganz selten. Meistens hast du ein Drilling dabei und ein Zwilling oder ein Drilling und zwei Singles oder eine Viererlänge und ein Einer. Aber diese Konstellation relativ ungewöhnlich. Gut, ist ja trotz alledem kein schlechtes Spiel. Sofern hier nicht Trumpf ganz ungünstig steht oder irgendwas gestochen wird. So, jetzt kommt der Herz König. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Gefahr, dass der blank war. Kann zumindest sein. Also meine Herz 10 sehe ich so ein bisschen bedroht. Deswegen greife ich jetzt Trumpf von oben, damit nicht womöglich sogar noch der 2-Trümpfer. Damit nicht bei Trumpf 3-3 mehr jemand die Herz 10 absticht. Und das sitzt auch schön. Trumpf ist artig verteilt. Ja, damit ist das Spiel natürlich schon gewonnen. In Trumpf gebe ich nichts mehr ab. Jetzt gebe ich noch zwei Stiche in Karo ab maximal. Ja, das ist auch der Fall. Karo wird geschnibbelt. Okay. Nehme ich wieder den vollen, kriegt ihr wieder den vollen. Und Rest bei mir gewonnen mit 76 Augen. So, immerhin mal 1 zu 1. Eine Hausnummer ist jetzt an meinem Kellergeschoss schon mal angebracht. Ja, hier habe ich es jetzt in Hinterhand doch ganz schön weit getrieben, bis 27. Aber Spieler 1 bleibt hartnäckig am Ball, dann hat er vermutlich das stärkere Spiel. Tja. Also mein Trumpf Ass, das hängt hier so ein bisschen. Das werde ich wohl nicht nach Hause bekommen. Ja, schön 3 Buben. Der Herzbube steht zu zweit. Also wunderbar ist er ohne Trumpfstich davon gekommen. Jetzt Herz König. Gut, das Ass hat er selbst gehabt. Naja, wenn er mich anschmieren will mit Ass den König, dann kriege ich sowieso nur noch einen Stich. Also muss ich da einen rein knistern. Gut, und ich habe gut getroffen. Richtige 10 auch noch getroffen. Dann sind wir mit diesem zweiten Stich schon bei 40 Augen. Also auch hier wieder aus dem Schneider. Ja, meine Lieben, es wird knapp. Spiel 9. Wir sind also quasi jetzt schon auf der Gegengerade oder in der Kurve kurz vor der Zielgerade. Und ich habe hier wieder nichts, liege aber deutlich hinter dem Feld. Also das wird schwer jetzt noch ganz vorne anzudoggen. Aber Spieler 3, der spielt jetzt Pik und das höre ich natürlich gerne. Das wäre sicher die Farbe, die ich mir gewünscht habe, wo ich 4 Trumpf mit 3 sichern Trumpfstichen und beiden Trumpfvollen dagegen habe, eben sonst gerade gar keinen vollen in der Ballkarte. Das ist ja häufig ein gutes Zeichen, denn die Vollen, die dann noch fehlen, die hat mein Partner und die kann er mir wimmeln. Jetzt schnippelt der Spieler hier auch noch ein Kreuz und ich denke nicht, dass ihm das gut bekommt. Schnapp, da haben wir nach 2 Stichen 35. Ich habe immer noch die 2 schönen Trumpfstiche im Blatt. Also das Spiel braucht jetzt schon ein Wunder oder eine sehr, sehr gute Resthand. Haben wir gleich die Stechfarbe gefunden. Wunderbar. Dann ist ja Karo Ass noch bei meinem Partner. Das werde ich jetzt natürlich nicht gefährden. Also Farbe wechseln, damit der volle sicher zu mir kommt. Schnapp über 60 und noch ein Stich obendrauf. Also Spieler 3 hat es hier versucht. Der stand gut, der stand über 400. Dieses Spiel war jetzt aber ein wenig zu schlecht. Ich denke, wenn er Kreuz Ass rausnimmt, dann wird er auch noch kämpfen müssen. Nach dem Schnibbeln allerdings war er ohne jede Wehr. So, Spiel 10. Volle sehe ich. Alarmattacke. Jetzt nochmal ein Versuch, ob hier in dieser Serie noch was geht. Und soweit muss ich ja gar nicht reizen für 22. Also da hätte ich auch 30. Naja, 30 wäre vielleicht so die Grenze. Aber ich komme für 22 ran. Ja, zwei Buben gefunden. So kann Skat gehen. Eben noch im Tal der Tränen und jetzt schon wieder obenauf mit einer Traumfindung zu einem jetzt natürlich sehr soliden Herzspiel. Ja, das sieht doch alles gut aus. Da passiert nicht viel. Trumpf sitzt auch artig, ganz glatt. 18 Augen haben sie jetzt. So, wenn jetzt noch ein Karostich ist nicht mehr draußen, wenn hier kein Ass reingeht, dann sind sie auch Schneider 90 Augen. Also ein kleines Bonbon für mich. So, damit bin ich ja zumindest schon mal wieder in Schlagdistanz zu Spieler 1. Spieler 1, den nehme ich jetzt mal ins Visier. Und er reizt. Hab ich mehr? Nein, ich habe nicht mehr. Das ist zu wenig hier. 2 Ass in der 10 Karobube. Also dann wollen wir gerade mal aus taktischen Gründen auch sehen, ob wir vielleicht Spieler 1 jetzt noch 1 umbiegen können. Aber er spielt Karo. Ja, Trumpf steht. Also die Karte steht, sagen wir mal, zumindest sehr glatt. Das ist zu sehen. Ich habe 3 Trumpf, dann 3, 2, 2. Also da ist keine große Überraschung. Also wenn das kein ganz schwaches Spiel war, weil, wo mein Partner auch noch einiges mit beisteuert, dann wird das hier wohl nichts. Immerhin Herz getroffen. Die 10 frei gespielt. Jetzt der Wechsel auf Kreuz. Ja, und das ist immerhin die Stechfarbe. Dann hat der Spieler wohl noch ein wenig was in Pik. Ist natürlich auch gar nicht so schwer drauf zu kommen, wo er eben Kreuz sticht. Ein Herz hat er wahrscheinlich 3, sonst hätte mein Partner wohl den 7. Herz gespielt. Ja, und was macht er sich denn da jetzt für Gedanken? Er schnippelt. Dann kann ich mitnehmen. Einmal noch Kreuz spielen. Ich bin inzwischen schon auf dem Trichter. Das könnte sogar so ein Schlapper 4-Trümpfer sein. Warum hat er sich da sonst eben so lange gequält? Und wenn es der 4-Trümpfer ist mit dem Herzass zu dritt und dem Pikass zu dritt, dann müssen natürlich 2 Kreuz gedrückt sein. Das ist logisch. Also die beiden fehlenden Kreuz, da mit 10 oder was. Und dann heißt es, mein Partner kann jetzt auf das Kreuzass seinen letzten Pik abschmeißen und müsste noch 2 Trümpfe haben nach meiner Theorie. Oder, das geht natürlich auch, er kann natürlich auch das Kreuzass hoch vorstechen. Und da sieht man es, Abwurf Herz König in der Tat, mein Partner hat auch noch einen Trumpf. Wir hatten allerdings schon nach dem Abwurf des Herz König 60. Jetzt habe ich ihn also nichts dafür getan, aber vorbeigehuscht an Spieler 1, vielleicht eher vorbeigemogelt. Ja, was ist denn da los? Spiel 9 und Spiel 11, da wird nochmal ein bisschen angegriffen. Hinten raus wird nochmal richtig in der Karte gerührt, aber es klappt heute nicht. Es soll irgendwie nicht sein. So, letztes Spiel, letzte Chance für mich. Spieler 1 ist schon weg. Ich bräuchte jetzt eigentlich nur noch passen, dann habe ich den sicher im Griff, aber ich kann ja nicht aus meiner Haut. Also 20 auf jeden Fall erst nochmal. Und jetzt nochmal den Punktestand angucken. Na ja, Spieler 3 hat 379, das ist zu viel. Da komme ich nicht hin. Dann brauche ich jetzt auch nicht den 0 hier noch reizen oder den Herz Hand. Das ist dann vielleicht aufgrund des Zwischenstandes wäre das auch nicht mehr fair. Dafür ist die Karte nicht gut genug. Dann soll Spieler 3 mal seine Chance bekommen und zusehen, ob er hier noch ein brauchbares Ergebnis über 400 hinbekommt oder eben nicht. Ich sage so jetzt schon mal, Spieler 3 ist ein Glückwunsch. Ariel, Meerjungfrau, hast du wieder einkassiert. Spieler 1 sah lange so aus, aber am Ende sich selbst ein Bein gestellt mit diesem schlechten Spiel. Und jetzt gucken wir nochmal einen 0. Mein Partner öffnet Kreuz, Karo König, wo ich die 7 zu dritt habe. Jetzt wechsel auf Kreuz. Also wenn das nicht blank Karo war, dann weiß ich auch nicht. Ich ziehe hier nur vorsichtshalber, falls doch mein Partner jetzt noch ein Karo hat und rankommt einmal mein blankes Pik erst ab. Da kann ich ja auch, bleibe ich auf jeden Fall am Spiel. Und jetzt kommt die Probe in Karo. Ja, Probe bestanden, Spiel verloren. Das war jetzt dann am Ende des Tages für alle Beteiligten nichts Besonderes. Hat jeder noch sein Fett wegbekommen, 102, 102, 180. Also wir greifen hier nicht mit ins Titelrennen, in die Turnierergebnisse ganz vorne mit ein. Aber wir waren dabei. Wir hatten Spaß. Wir haben alles versucht. Und jetzt würde ich jetzt mich mal langsam in die Vorbereitungsphase begeben. Denn morgen Abend geht es nach Magdeburg. Da findet die ISPA-Mannschaftsmeisterschaft zunächst statt. Zwei Tage danach die Einzelmeisterschaft. Bin ich mal gespannt, wen von euch ich da alles treffe. Zwei Tage danach die Einzelmeisterschaft. Zwei Tage danach das значит, alle Tage dr